Hallo, heute möchte ich Werbung für die Grußaktion für die Senioren in den Seniorenheimen machen. Wir möchten den Menschen in den Heimen, die sich momentan oft einsam und alleine fühlen, ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Dafür brauche ich eure und ihre Unterstützung. Malt ein Bild oder bastelt etwas oder schreibt einfach eine schöne Grußkarte und schickt sie an ein Heim in eurer Umgebung. So schaffen wir es gemeinsam, der Einsamkeit entgegenzuwirken. Vielen Dank für Ihre und Ihre Unterstützung und ich wünsche Ihnen noch eine schöne, besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Dankeschön. Vielen Dank.